Die finale Welt sieht auf jeden Fall schon bisher sehr cool aus. Willkommen zurück zu The Legend of Spyro. A new beginning. Die finale Welt hier. Identische Himmel oder wie sie hieß. Und wir haben den nächsten, uiuiuiui, Golem hier vor uns. Ah, da oben ist direkt noch einer. Ich wollte eigentlich den unteren anvisieren hier. Spiel, danke, für nichts. Aber gut. Wird schon. Ja, wir waren schon zweimal indoor, wobei das zweite Mal sehr kurz war und eigentlich nicht erwähnenswert. Und Cinder ist auch schon mal outdoor lang geflogen. Hat Sparks zu Tode erschreckt, beziehungsweise der hat eine Drama Queen Aktion hier gemacht. Und es könnte auf jeden Fall bald soweit sein, dass wir ihr gegenüber treten. Aber das bleibt abzuwarten, wie schnell das dann wirklich passiert. Und ich bin auf jeden Fall unterhalten, würde ich sagen. Also, ist nett hier. Es macht so Spaß hier. Naja, es ist gerade wirklich, also, gar kein Vergleich zu der ersten Eiswelt, weil das ist hier ja theoretisch auch so ein bisschen Eis. In gewisser Weise. Es ist ja, naja, es sind ein paar Kristalle da, aber Eis ist es eigentlich nicht. Ja, aber es ist absolut kein Vergleich zu der Welt, wo wir den... Wir haben ganz vergessen, wie er heißt. War das, Voltier retten mussten? Voltier war doch in der dritten, in der Hochkappe, oder? Oder war das, war das nicht so? Ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall den ersten Waisen, den wir da so befreit haben, den ersten ältesten. Neben Voltier. Äh, neben Ignitos, mein Gott. Den wir jetzt gerade hier befreien. Ja, die Welt war halt einfach nüscht. Aber das hier ist süßes Cool. Das gefällt mir. Und die nächste Barriere wird aufgebaut und dann geht's auch wieder Indoor. Ja, ja, okay. Vielleicht das letzte Mal, wer weiß. Also, wir werden noch einmal Outdoor kommen wahrscheinlich, weil ich glaube, auf dem Dach findet der Kampf statt. Ähm, da kann ich mich aber auch dann wieder vertun mit... Ai, 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 ai. Ähm, The Eternal Night. Ich muss sagen, ich hab von The Eternal Night, was Welten angeht, kaum noch Ahnung. Ich weiß halt, am Anfang ist man in so einem Dschungel. Da hab ich meinen Controller damals zersmashed. Das wird mir diesmal nicht passieren. Ähm, und... Dann kenn ich natürlich noch dieses ganze Schiffsgedöns, wo dann im Endeffekt der Rasenreiter auf uns wartet. Den hab ich jetzt auch schon häufiger angesprochen, in diesem Let's Play. Und das nicht grundlos, oder in diesem Replay. Wenn wir korrekt bleiben wollen. Ähm, ja, also... An mehr kann ich mich echt nicht erinnern. Ja, wobei, doch... Ich erinnere mich an diese komische Zwischenwelt, die es dann da gab, um diese Trainings zu machen. Aber, wie genau das da aufgebaut war und aussah und alles das... Ja, wird interessant, das nochmal zu sehen, denn... Dann kann ich mich nämlich echt nicht mehr gut erinnern. Und ich muss sagen, grad gefällt mir Feuer hier doch ganz gut. Also auch für die anderen Gegner hier, weil ich hab die jetzt bisher nur für die Golems verwendet. Aber hier ist es so grad doch ganz nett. Und ich hab jetzt auch ja... Na gut, ich hab jetzt diese Feuerschüsse hier natürlich auch krass upgradet. Die sind jetzt auch auf der höchsten Stufe. Das hat natürlich auch nochmal einen anderen Impact. Aber auch so das normale Verbrennen ist, äh, gar nicht mehr so schlecht gerade. So, wo ist jetzt überhaupt das Tor? Ich... Achso, ist eh noch nicht offen. Alles gut. Also eigentlich nichts gut. Ich will ja weiterkommen. Mighty Flame. Ja, den benutze ich gerade, Kollege. Ich schlag dich mit deinem eigenen Nachnamen. Ist das nicht toll? Panzer Dream. Ach du Scheiße. Ja, das war jetzt ein bisschen... Das hat mich unvorbereitet getroffen, muss ich zugeben. Ich komm halt immer noch nicht auf diese Planet Coaster Lache klar, ne? Ist ja nicht so, als würde... Als wäre Planet Coaster irgendwie 15 Jahre später erschienen, aber was soll's. Okay. Einmal hier rüber. Einmal verbrennen. Den Long Flail. Klingt auch pervers. Oh. Der ist, äh, schön zu Tode gewurzelt. Alright. Wer macht da gerade so einen Lärm von den Hasen? Ich glaub Pebbles. Naja. So, du am besten auch direkt so... Ja, Alter. Es ist ja krass. Am Anfang so ganz moderat so... Joa, ich brenne ein bisschen und dann... Komplette Eskalation. Oh, ein Todesflügel, ne? Ja, hallo. Du möchtest bestimmt auch zu Tode verbrannt werden, oder? Oder was, was darf ich dir Gutes tun an Elementar-Dingern? Naja, er ist auf jeden Fall nicht unzufrieden. Aber versuchen wir doch mal Eis. Wie wär's? Hast du Bock auf Eis? Oh, shit. Es geht gerade ein bisschen ab, deswegen würde ich sagen, nutzen wir doch mal wieder den fertigen Schwall, weil hier sind gerade viel zu viele Leute. Wie krass, dass da oben durchswitcht. Not bad. Und das war's dann auch mit dieser... Ich hab kein Wort verstanden, Spyro. Die Sound-Effekte sind einfach zu laut, aber gut. Macht ja nix, ne? Ja, das war jetzt ein bisschen blöd, da unten so noch Edelsteine. Und ich glaub, so komm ich da nicht hoch, oder? Ja doch, komm ich. Sehr schön. Alrighty. Was geht denn jetzt? Oh, das sieht aber fast final aus hier. Ich butter nochmal gerade alles rein hier. Erdbombe der peitschenden Winde. Ja, sehr schön. Ja, eineinhalb Stufen haben wir geschafft. So, jetzt bin ich gespannt. Wo kommen wir hier hin? Sind wir gleich bei Cinder? Kann ich mir noch nicht vorstellen, aber es... Eieiei, was geht denn jetzt hier? Also es sieht gerade sehr... Es sieht final aus, muss ich sagen. Vielleicht kommen jetzt hier nochmal tatsächlich, wie ja hier gerade passiert, ein paar Gegner, die mich jetzt noch kurz davor aufhalten wollen, aber... Ich sag mal so, das würde mir perfekt in den Part passen, weil wir haben den eigentlich gerade erst angefangen. Also das wäre ein super Timing eigentlich. Wie auch immer es jetzt gleich passieren würde, ich rechne sowieso damit, dass wir mindestens mal in diesem Part dann auch zum Boss kommen können. Also länger stellt sich diese Welt auf keinen Fall ein, aber ich glaube, das könnte sehr gut sein, weil... Ich habe jetzt hier keinen Fahrstuhl, der mich einfach nur noch in eine andere... Das glaube ich nicht. Kann ich hier runterfallen? Ich glaube nicht, ne? Sieht auch aus, als wäre der Turm ein bisschen zerstört worden hier, diese Burg. Ah, da sind nochmal ein paar Todesflügel. Aber ob die mich nochmal erreichen, keine Ahnung. Naja, es geht noch ein bisschen Indoor weiter. Okay. Nochmal ein bisschen Plattformspaß. Jetzt kommen nochmal ein paar schwarze Ritter oder so ein Quatsch. Ja, hier, siehst du, genau, ich wusste es doch. Genau an diesen Raum erinnere ich mich. Genau an diesen Raum. Den meine ich immer mit Leitungen, wo noch Leitungen sind. Das ist genau der Raum. Und das könnte nochmal lustig werden. Weil die müssen wir jetzt besiegen. Das ist gar nicht so, ne? Auf der anderen Seite ist, glaube ich, auch noch eine Leitung. Ui, 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 ja, genau. So, Hallöchen. Darf ich dich besiegen? Wäre nett. Ja, das ging auf jeden Fall jetzt erstmal klar. Sehr, sehr schön. Und da ist direkt die nächste gespawnt. Ich werde weg. Deswegen erinnere ich mich vielleicht auch an den Raum so sehr. Weil das wahrscheinlich auch nicht so einfach wird. Der hinterlässt einfach nur so einen blauen Edelstein, obwohl der nicht getötet wurde und alles. Das ist sehr interessant. Oder muss ich vielleicht auch mit euch was machen? Und war deswegen immer verwirrt, weil dann einfach endlos Leute spawnen hier von den Dingen. Also Leute, Leitungen. Keine Ahnung. Bin mir gerade echt unsicher. Es kann nämlich sein, dass ich irgendwas mit denen machen muss. Also, dass die halt wirklich einen Sinn haben. Weißt du? Vielleicht kann ich die hier irgendwie drauf locken oder so. Also beide. Ich möchte es mal versuchen, weil... Ähm... Vielleicht ist es auch einfach nur wirklich pure Ausdauer. Aber ich weiß halt, dass das hier ewig gedauert hat mal. Ich weiß es. Das sind halt auch ganz weirde Gegner, so. Leitung. Ich meine, was soll das? Weißt du? Aber deine Gän, was soll ich sonst damit machen? Also außer auf diese Plattformen legen, die offenbar irgendwann mal hochfahren, wüsste ich halt auch nicht, was ich mit denen machen soll. Ich kann auch nicht mehr raus. Hier ist sonst nichts. Also, was soll der Spaß, ne? Also werde ich einfach versuchen, die jetzt einfach mal so lange zu töten, bis hoffentlich irgendwas passiert. Und wenn nichts passiert, ja, dann weiß ich auch nicht. Dann muss ich mal nachschauen, was es hier mit auf sich hatte. Ah ja, es ist mindestens mal nervig langwierig, aber es scheint tatsächlich so zu sein. Ach so, ne, die spawnen einfach auf der anderen Seite. Ich dachte, der spawnt jetzt nämlich nicht mehr. Aber doch. Jetzt sind die beiden Leitungen einfach auf einer Seite, auf einem Haufen. Das macht es für mich nicht unbedingt einfacher. Wenn die mich wirklich attackieren wollen. Weil ich ja nicht so schnell aus dem Radius hier rauskomme. Und ich kann mich auch gerade nicht gut auf einen konzentrieren. Hilft auch nicht. Ach scheiße, Leute. Ich hab jetzt gar keinen Überblick, welche Leitung hier ist. Ich muss erstmal die Rechte hier besiegen. Die jetzt auch gerade irgendwie noch Plätze getauscht haben. Ey, ich hoffe echt nicht, dass ich mit euch was machen muss. Aber die kommen halt so oft, das geht doch nicht. Kann doch nicht sein. Aber bin ich einfach besser gegen die geworden oder sind die auch schwächer als die Ersten? Äh, pfff. Bin gerade jetzt schon ein bisschen überfragt. Ich frage mich halt ab, wann ich anfangen soll nachzuschauen. Oder rauszuschneiden und selber noch ein bisschen zu versuchen. Weil ich halt echt nicht weiß, was mit den Dingern aussichert, ne? Na, da ist sie wieder die nächste. Irgendwas muss ich mit euch machen. Ich versuche mal ein bisschen mit Elektro zu arbeiten. Aber vielleicht kann ich die ja irgendwie jetzt übernehmen oder so ein Quatsch damit. Oder vielleicht brauche ich auch Erde. So als letztes Element. Ich weiß ja nicht. Hier ist halt auch nichts, wo ich sagen würde, da kann man die drauf platzieren oder so ein Quatsch, ne? Ich erde dich jetzt, Leitung. Ich glaube, ich würde echt nochmal nachgucken gerade. Das ist hier gerade doch schon ein bisschen sass. Kommst du nochmal? Nee. Also ich wäre jetzt wirklich kurz davor gewesen nachzuschauen. Aber die Leitung kommt scheinbar nicht mehr wieder. Oder ruft die hier Kollegen? Nee. Also wenn das hier bimmelt, meine ich. Kommst du nochmal runter? Dankeschön. Hallo? Komm doch bitte runter. Jetzt erreiche ich die nicht mehr oder was? So, komm. Also vielleicht ist es wirklich nur Ausharren. So wie es gerade zumindest aussieht. Das wäre in Ordnung. Aber es ist halt schwierig zu sagen, ne? Es ist halt einfach schwierig zu sagen in diesem Spiel. Vor allem, weil es so besondere Gegner sind. Ja, tatsächlich. Es war nur Ausharren. Das finde ich halt wird in dem Spiel manchmal ziemlich schwierig. Also es wird nicht erklärt. Und es ist deswegen ziemlich schwierig, ähm, ja, einfach zu antizipieren. Aber ich hätte mir auch echt vorstellen können, dass das hier, ja, nicht des Rätsels Lösung ist. Auf der anderen Seite, wann war das schon mal so, wenn man wirklich nichts anderes machen kann? Man hätte halt wirklich nur noch was mit dem Atem eigentlich machen können. Jetzt ist das Problem, jetzt gerade kommt ein bisschen die Sonne raus. Es ist genau jetzt ziemlich ungünstig. Okay, da drüben. Da drüben ist Finale. Oder? Ne, okay. Aber wir sind auf dem krassesten Weg zum Finale, also. Viel kommt da nicht mehr. Das geht einfach nicht. Ah, da werden wir vielleicht nochmal uns nach oben kämpfen müssen. Vielleicht gibt es auch einfach einen Aufzug. Mal gucken. Da ist nämlich nochmal ein größeres Schloss, glaube ich. Aber schon sehr geil inszeniert, einfach alles. Und hat natürlich auch durch die ganze Düsternis so schon einfach diesen Twilight Princess Flare wieder. Was auch eine coole Sache ist. Du Sack. Komm. Hör auf. So, ich falle nochmal rein. Würde ich sagen. Komm, ich schaffe noch die zweite Stufe. Ja, schön. Hargens irgendwas. Wundervoll. Wie halt immer nochmal welche kommen hier. Oh, okay. Er macht uns noch ein kleines Battlefield hier. Alles klar. Red Dragon. Der denkt sich auch wieder, er ist ein Summenier hier. Der ist kein Drache. Ich bin ein Drache. Und ich bin lila. Na, der ist ja grün. Moment, der ist lila. Lila ist meine Lieblingsfarbe. Bunte Burger. Wenn man es genau nimmt, hat der Mr. Krabs diese Idee sogar später aufgegriffen. Mit seinen Schwammi-Burgern. Wo der einfach seine Patties nicht tiefgefroren hat. Und die einfach schlecht waren. Da waren Spongebob-Dinger ja noch in Ordnung. Die haben einfach nur abgefärbt. Wegen ihren blöden Bürgern ist mein Gesicht jetzt lila. So, kommst du jetzt runter oder muss ich zu dir oder... Ja, ich muss offenbar zu ihm. Alles klar. You're welcome. Bitteschön. Oh, holy shit. Der hat sich selbst hochgesprengt mit seinem Dynamit. Gefällt mir. Vor allem, dass ich der Wendels nicht getroffen wurde. Ich muss jetzt runterspringen und darf mich ganz hocharbeiten oder was? Was geht hier ab? Es sieht so aus, ja. Okay. Dann ist das aber der letzte Finalturm des Streckens, oder? Alles andere würde mich verwundern. Ei, 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 ei. Na gut. Vielleicht kommen wir in diesem Part doch noch nicht ganz zu Sinn, ne? Wenn das hier so weitergeht. Aber schlecht finde ich das nicht. Ich finde es jetzt cineastisch gemacht. Alles ist so schön. Und ich muss auch immer an andere Stellen aus Twilight-Künstlis denken. Also es hat alles ein bisschen was vom Schattentempel natürlich. Oder Schattenpalast hieß es, glaube ich. Das hier hat jetzt aber auch sehr was von Cumula. Oder City in the Sky. Wo man dann ganz am Ende nochmal mit seinen Doppelhaken hochkämpfen sich muss. Wo in der Mitte diese Säulen auch noch sind, wo man sich festhaken kann und sowas. Oh nein, ich habe schon wieder diese lustigen Leitungen hier. Zugeschlagen, Lösung bitte. Rufen Leute an und sagen Hund. Oder Elefant. Elefant. Elefant, Elefant, wenn er pulsert. Ein Spaß für Groß und Klein. Na, eigentlich nur für Klein. Aber das sagen sie einem in der Werbung ja nicht. Die Großen müssen leider mitspielen. Ach komm, leckt mich doch mit euren Leitungen hier. Wir sind ja schon zwei am Start. Gerade keine Luft. Ska-Wolf. Das ist aber mehr als ein Ska. Jetzt bin ich gespannt. Fährt die ganze... Achso. Ich hatte gehofft, dass das eine Plattform ist, die einfach hochfährt und nee. Achso, aber die Leute, die da draußen waren, die sind einfach runtergesprungen. Und das geht hier gar nicht weiter nach oben, oder? Das war jetzt gerade meine Idee, dass wir uns hier in den Turm hochkämpfen. Nö, das ist gar nicht so. Nö, nö. Die sind glaube ich einfach runtergesprungen. Das war es mit diesem Raum. Und da werden wir nie wieder hin und zurückkehren. Ah, die Welt ist echt nicht so klein, wie ich sie erwartet habe. Das kann man festhalten. Kann man verhalten, was man will. Ich finde es nicht schlecht. Ah, ich bin dann auch sehr gespannt, wie es dann aussieht mit der Zeit, mit dem Vergleich. Wenn ich es mal mit dem Let's Play damals vergleiche. Weil, habe ich ja schon am Anfang gesagt, man kann ja eigentlich nicht so viel Zeit sparen. Also, es ist halt alles sehr linear und man kann halt einmal weniger sterben oder mehr. Aber, das ist es halt auch so. Es gibt jetzt hier nicht so viele Stellschrauben, wo man überhaupt irgendwas machen könnte. Deswegen, also. So krass viel schneller bin ich wahrscheinlich nicht. Ich wollte schon sagen, kriege ich hier nichts für? Naja. War trotzdem sehr unterwältigend. Nehmen wir doch mal den Kristall mit. Den habe ich mir mal aufgespart hier. So. Geht erst mal wieder ein paar Eisshards. Der Blade Lizard. Ach du Scheiße. Der ist echt fett. Der ist echt fett. Block doch nicht, du Sack. Dreist, ey. So. Sehr schön. Ach, ich muss noch nicht mal die zweite Eiskanone da besiegen. Oder Elektrokanone ist es eigentlich. Und ich werde einfach von seinen Edelsteinen weggeworben. Wie assi. Ich will mich aber schon noch hier einmal in die Luft jagen, bitte. Vor allem, weil da noch Edelsteine sind, die ich... Oder Kristalle, die ich noch gar nicht wahrgenommen habe. Na, vielleicht kriegen wir doch noch diese... Diese Erdkanonen... Äh, Erdkanone. Sicher, diese Kanonen. Diese Erddinger hochgeballert. Die Bomben. Okay. Soll ich die schon mitnehmen? Ist das denn eine Leitung? Natürlich ist das eine Leitung, oder? Oh ne, das ist irgendwas anderes, was wir vielleicht zerstören müssen. Oder was vielleicht zerstört wird. Wer weiß. Huiuiuiuiui. Jetzt geht es aber wieder ab hier. Das ist ja... Das selbe wie immer. Aber diese Energietürme sind interessant. Was hat es mit denen auf sich? Oder sind die Deko? Ach so, ich darf glaube ich nicht zu nahe kommen, weil ja, okay. Okay, interessante Idee. Ändert jetzt aber nicht so krass daran, dass ich einfach nur Gegner verprügeln muss. Ich darf halt nur einfach Bereiche nicht betreten. Also darf ich schon, aber das... Schadet meiner Gesundheit dann doch sehr. Okay. Ein bisschen auf Distanz gehen mit den Charts hier. Warum redet der immer über Musik? Weiß ich auch nicht. Das waren damals noch Zeiten, wo ich halt wirklich noch Radio gehört habe und dann wirklich noch richtige Charts quasi verfolgt habe. Ach ne. Alles vor Streaming natürlich auch noch. Also es ist... Wirkliche Datenträger-Verkäufe, die sind ja heute eigentlich kaum noch aussagekräftig. Das letzte Mal, weil ich eine CD gekauft habe. Mein Gott, das ist auch ewig hier. Ich glaube, das könnte sogar Reputation gewesen sein von Taylor. Und das ist schon ganz schön lange her. Wobei, ne, das habe ich nicht mal physisch. Das habe ich mir auf iTunes gekauft damals. Also jetzt noch weiter vorne. Aber ich glaube, ich glaube, dann ist Taylor Swift trotzdem nicht das Letzte, was ich gekauft habe. Sondern ich glaube, danach habe ich mir noch Coldplay gekauft. Also, ich glaube, ich hatte X&Y und Milo Xyloto oder wie auch immer es ausgesprochen wird. Und ja, Paratroods und Rush of Blood to the Head. Ich glaube, das waren die, ähm, die vier Alben, die ich hatte. Juh, 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 juh. Viva la vida habe ich irgendwie geskippt. Ich weiß auch nicht warum. Oder Viva la vida and death of all and all of his friends. Oder wie auch immer das heißt. Ich habe keine Ahnung. Der Album-Titel hat mich immer wieder verwirrt. Ich wollte gerne... Hallo? Achso, ich habe keinen, achso, ich habe keinen... Oh, shit, hier sind ja... Oh, Egel. Das ist gerade scheiße. Weil die sind verdammt schnell. Ja, alles klar. Ich würde gerne erstmal die Egel besiegen. Wenn es genehm ist. Ja, sehr schön. Holy shit. Ah, hier sehe ich noch ein bisschen was. Sehr schön, sehr schön. Zack. Nochmal. Warum lebt der eigentlich nochmal? Verbrenn doch endlich, mein Junge. Jetzt ist der Egel auch endlich weg. Oh, ne, wo ist noch übrig? So, und das reicht jetzt auch. Ach, die splittet sich nochmal auf hier, diese Attacke. Sehr interessant. Das ist wahrscheinlich dann wegen der höchsten Stufe, ja, ja. Okay, das könnte jetzt vielleicht sogar... Ne, wobei, das reicht wahrscheinlich noch nicht hier für die Stufe, aber... Ah, die Hälfte kriegen wir vielleicht. Das wäre sehr optimistisch zu sagen, das kriegen wir komplett voll. Doch, mehr als die Hälfte. So viel ist es nicht mehr. Also das könnten wir in dem Spiel noch voll kriegen. Aber Erde selbst wahrscheinlich nicht. Aber ja, wie gesagt, wenn, dann würde ich halt eher die Bomben nutzen als Erde selbst. Daher meine Strategie dabei. Wobei ich nicht sagen würde, dass ich die überhaupt benutzen werde und brauche, aber... Für den Fall. Weil, was soll ich auch sonst mit meinem Blauen gerade tun? Ich könnte sie einfach ignorieren, aber warum? Ja, 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 ja. Ich müsste eigentlich mal ein bisschen mehr warten noch. Oh, da ist Wunder gefallen, so ein bisschen. Ah, da ist noch einer, ja. Oder wie? Ja, ja, ich sehe ihn schon. Okay, alles klar. Vielleicht trifft es ja beide. Ich muss halt warten auf die nächsten Explosionen hier. Weil, wie gesagt, es sind drei. Und ich glaube, ich muss auch mal ein bisschen warten, bis der... Bis der nicht mehr feurig ist. Weil das sonst... Sonst hat der quasi noch, äh... Ja, hier so, so. After-Hit-Invincibility-Gedöns. Oder Post-Hit oder wie auch immer. So, komm. Der eine müsste tot sein. Der andere wurde ja noch gar nicht verletzt. Was soll das denn? Oh nein, der erste ist immer noch nicht tot. Der stand doch direkt daneben. Und der war auch schon mal ein paar Mal am blinken hier. Manchmal verstehe ich das nicht. Das hatten wir vorhin schon mal. Im letzten Part irgendwann. War es wahrscheinlich. Ja, müsste. Dass es einfach nicht gezählt hat. Ich versuche jetzt mal mit Feuer direkt zu attackieren, weil... Bei den kleinen Gegnern hat das irgendwie sehr viel Schaden gemacht, wenn ich... draufgehalten habe. Aber, nö, bei dem geht's. Naja, egal. So, der ist jetzt auch gleich erledigt. Können die mir überhaupt schaden? Sieht nämlich irgendwie nicht so aus. Also, ich weiß nicht, ob mir schon jemand aktiv mal Schaden gemacht hat. Das wäre vielleicht die interessantere Frage erstmal. So. Jetzt haben wir hier schon einige. Oh, fuck. Ich höre einfach mal gar nichts. Hier brennt alles und ich höre nichts davon. Aber warum? Ist ja lustig. Oder war das der Effekt von diesen Dingern hier? Ne, eigentlich nicht. Ich darf hier einfach nicht... Eigentlich nicht reinlaufen. So, den können wir, glaube ich, wieder richtig schön penetrieren mit Feuer. Ich werde jetzt mal versuchen. Naja, geht so. Ja, aber irgendwie sind gerade ein paar Sounds nicht da. Also, von meinem Feuer zum Beispiel. Das ist das Verbrennen-Sound-Gedöns. Ist einfach nicht da. Schon ein bisschen schade. Ja, jetzt kriege ich gerade ein bisschen aus dem Maul. Ist doch in Ordnung. Alter, okay. Alter Vater, jetzt geht's gerade ab. Nein. Mh, fuck. Der war doch tot fast. Ach, Mann. Ja, es war alles gerade ein bisschen so optimal. Und mit der Kamera und so. Nicht so viel gesehen. Jetzt ist er wieder voll. Voller Leben. Ist gar nicht mal so geil. Aber hey. Ja, diese Scheinwerfer-Wandlung umher. Das habe ich auch gerade gar nicht so richtig geblickt teilweise. Und man kann auch teilweise gar nicht entkommen, oder? Was extremst assi ist. Zumindest verstehe ich gerade nicht so ganz, wie das gehen soll. Alter Vater. Okay, der ist aber auch tot, oder? Oder hat er sich jetzt versteckt? Jetzt muss ich gerade ein bisschen an Spongebob-Film abdenken. Für die Playstage natürlich. Müsste ich auch immer nochmal spielen. Aber ich habe auch überlegt jetzt gerade. Ich hatte ja beim letzten Mal schon immer mal angesprochen. Ich hätte auch durchaus Bock, mich nochmal irgendwo reinzukommen. Das ist richtig krass. Und ich hätte durchaus auch mal Lust, die Spongebob-Reihe dann doch nochmal ein bisschen... Also, die erweiterte Spongebob-Reihe würde ich mal sagen, immer ein bisschen weiter zu spielen. Ich hatte ja ein Spiel gespielt von Spongebob-My-Friends. Durch dick und dünn war das. Und da würde ich durchaus auch doch noch ein paar andere nochmal spielen wollen. Vielleicht. Mal gucken. Vielleicht einfach noch weitere Replays. Ähm, ja, überlege ich mir mal. Aber ich habe sowieso jetzt ein paar andere Sachen, die ich gerade machen möchte und alles. Und auch The Legend of Spiral natürlich steht dazu. Also, momentan habe ich noch genug Ideen. Für die nächste Zeit auch. So, geht jetzt mal das Tor langsam auf? Ja, das sieht gut aus. Sehr, sehr schön. So, und ich finde, wir könnten auch langsam mal wieder irgendwie rein und dann vielleicht zum Boss oder so. Wäre es möglich? Ah, hier ist nochmal so... Okay. Das ist jetzt wirklich so das Vor-Final-Tor, würde ich behaupten. Ganz frech. Wir haben auch schon wieder Schwall voll. Das ist gut. Vielleicht bin ich jetzt einfach einmal im Kreis gelaufen. Kann auch sein. Ja, okay. Das sieht jetzt aber wirklich mal final aus, oder? Ich meine, das sage ich jetzt schon die ganze Zeit, ich weiß. Ich sage die ganze Zeit so, oh, das könnte aber schon das Finale sein jetzt. Und es geht immer und immer weiter. Aber das sieht doch jetzt wirklich nach einem richtigen Boss-Schloss aus, oder? Kommt, Leute. Ja, die Dinger eskalieren ein bisschen, diese Feuerbomben. Vor allem, wenn hier viele Gegner sind, die davon getroffen werden. Aber wir nehmen mal hier den Edelstein mit, würde ich sagen. Den Kristall. Xandro, was steht denn da so rum? Xandro Wagner. So. Pearl Dash. Das Crash Bash-Mindspiel kenne ich aber auch nicht. Fährt man da auch eine große Muschel mit einer Perle, oder wie? Komm. So. Hat, glaube ich, kein Damage gemacht, leider. Dafür besiegen wir ihn jetzt im Nahkampf. Ist auch befriedigend. Ach, da oben ist noch hier so ein Hain hier an so einer Kanone, ha? Hat man gar nicht gesehen. Ich bin auch ein bisschen, ja, wagemutig. Kann auch lebensmüde sagen. Auf der anderen Seite locker auch, oder? Ja. Hätte mich gewundert, wenn nicht. Äh, okay, das geht schon auf. Ach du Scheiße, was ist das denn für ein Golem? Okay. Ich habe noch Schwallen, das ist gut. Will ich mich jetzt wirklich um die Kanone kümmern? Elektro-König. Elektro-König. Ach so, wir haben noch einen Vor-Boss quasi. Das ist ja interessant. Das ist ja äußerst interessant. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Dass wir quasi noch einen Boss haben, für den wir jetzt vielleicht sogar dann den Voltier befallen, wer weiß. Äh, Voltier sage ich schon. Den, ähm, Mag, ähm, warum würde ich mal Magnus sagen? Ignitus, aber, ja, wie auch immer. Also, das funktioniert schon mal sehr gut. Der hat übrigens eine gelbe Leiste. Ich glaube, beim letzten Mal hat er noch einer sogar noch eine grüne Leiste, oder? Dieser Zug. Ich weiß es nicht mehr genau. Und auch interessant, dass der Schutzschild, also der zumindest aussieht wie ein Schutzschild, kein richtiger Schutzschild ist. Finde ich auf jeden Fall sehr nett. Also, kann gerne so weitergehen, würde ich sagen. Wir gehen zwar langsam die grünen Edelsteine hier aus, aber ich kriege hier gerade. Wurde wir ein paar. Ist doch auch nett. So, jetzt in der roten Phase. Bin ich einfach OP, oder sollte da eigentlich was machen? Naja, jetzt, vielleicht geht mir halt wirklich dann langsam der Saft aus. Dann muss ich mir aber überlegen, was wir hier machen. Ja, danke, da sind, da sind wieder Sachen. Sehr schön. Ja, wäre lustig, wenn der Kampf gegen Cinder auch so läuft. Oder werden wir vielleicht auch gar nicht gegen Cinder kämpfen. Ich weiß nicht, ob wir hier gegen Cinder kämpfen in dem Spiel. Äh, ich hätte es erwartet, aber ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob das überhaupt der Fall sein wird. Und das war auf jeden Fall mal ein sehr angenehmer Kampf, also. Wenn man das auch Kampf nennen soll. Holen wir uns noch die Kanone? Ach komm, weißt du was? Warte mal, ich hole mir jetzt erstmal. Na, wobei, dann geht die Tür gleich wieder zu. Aber egal, komm. Ich versuche mir mal das jetzt noch zu snacken. Ohne, dass irgendwas losgeht. So, und dann besiege ich nur die Kanone, weil ich... Ich möchte jetzt eigentlich nicht einfach da stehen lassen. Wenn er schon so freundlich ist und da ist, dann will ich ihn auch besiegen. So. Gibt ja schließlich auch nochmal ein bisschen. Naja, gut. Ich glaube, ich habe keinen Blauen dafür bekommen jetzt. Aber das können wir auf jeden Fall noch reinbuddern. Na, reicht das ganz knapp vielleicht? Es reicht ganz knapp nicht. Ah, Mann, no. Naja, vielleicht kriege ich noch was Blaues gleich. Ja, also das war jetzt irgendwie... Ernüchternd in gewisser Weise. Ich bin jetzt nicht böse, aber... Verwundert. Ach, Kollege. Er spawnt am besten noch sechs Leitungen oder so. Hast du Bock? Was ist das jetzt, was er da macht mit seinen... Keine Ahnung. Wir lassen ihn da mal machen. Wenn er meint. Cat Voyager. Eine Katze im Weltall oder was? Ja, das war ein bisschen schlecht und spät ausgewichen. Ich könnte auch einfach rumlaufen und treffe ich ihn besser, aber... Ja, ich muss jetzt auch sowieso direkt angreifen. Außer jetzt ist noch irgendwas für mich. Aber nein, eher nicht. So. Ist das jetzt die Plattform, die mich nach oben fährt? Oder... Oder... Was passiert hier? Keine Ahnung, aber wir haben nochmal Steine bekommen. Schade. Zerbrich alle Kristallscherben, damit der Aufzug weiterfahren kann. Was heißt denn weiterfahren? Ist der schon mal gefahren? Na gut. Zack. Zack. Und... Zack. Nicht ohne mich, bitte. Nie ohne. Und jetzt scheinen wir fast da zu sein. Na, komm. Sollte es so sein, würde ich sagen, wäre es das für diesen Part. Ja, vielleicht mache ich es auch... Ich mache jetzt einfach, glaube ich, eine Blockaufnahme erstmal. Mit diesem Part hier, weil ich nicht weiß, wann ich ihn am besten schneiden soll, wenn ich ihn schneiden muss. Vielleicht muss ich noch gar nicht schneiden. Ähm, ja. Ich glaube, das könnte sogar schon fast das Sinnvollste hier sein. Oder wir sagen jetzt schon mal Tschüss und dann sind wir gleich direkt bei Cinder. Ja. Ähm. Ihr könnt auch ohne meinen Tschüss leben, wenn ich jetzt einfach einen Schnitt mache, ne? Insofern... Bin ich mal kurz still, eventuell kommt jetzt hier ein Schnitt, eventuell auch nicht. Ja. Ja.